Wir befinden uns hier auf einer lustigen Fahrt in den Heidepark Rhein. Ich bin geistig schon da. Du bist geistig glaube ich ganz anders. Vor gar nicht allzu langer Tag. Ich war da noch nie. Ich war da, ich lasse da gerade Leute auf dem Schiff. Wo denn? Ich schwöre euch, da stand gerade Leute auf. Ja, 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 das kann ja jeder sagen. Vogel, wo ist das Eichhörnchen? Der Eichhorn. Sabrina hat es auch ein Podcast. Nein, sie macht was für ihren Blog. Ich blogge. Mit lustigen Fotos und lustigen Videos. Ich gehe mal in die erste. In den Plüschsalon. Da gibt es aber keine Kompresse der Kompresse. Mit Plüsch, Glitzer und in Pink. Da gibt es kein Klo. Hast du bekanntes Blog? http.ladupa.blogspot.com Ah, also unbekannt. Relativ. Aber in der Blogger-Szene 10.000 Besucher am Tag ist total unbekannt. Richtig, ich bin unbekannt. Keiner Kind, Mia, keiner Kind. Ja, beim Podcast hast du vielleicht hauslich bekannt davon, nein, nein, nein. Jetzt hörst du das schon einmal abknippeln und sie sagen so. Was machen wir? Ja. Ey, guck mal, die Bo... Gott weiß. Ich binarisäf.